so so dass wir jetzt hier auch schon wieder als ich habe gerade nur schnell die Einstellung geändert dass ich auf 70 das Lok und nicht auf wen... nicht auf mehr oder weniger los Alter der Russman ist nur am Fluch und das ist voll krank Der wer? Ja der alte Herr der ich bin Ruf die ganze Zeit wenn der Zombie den schlägt Machen wir noch paar Barrieren zu also ich habe noch ungefähr noch mal doppelt so lange wie ich gerade aufgenommen habe habe ich noch auf meine Festplatte frei sonst lösche ich noch irgendwas also mal gucken Was ist jetzt los? Ach tschüss der weg Sollen wir ein Muni oder Kiste? Ok Es ist dritter und Kiste würde ich sagen Es ist drittes da hinten Wo? Hier meine ich mal Ja Komm Oah ich muss Hier kommt jetzt eh Alle sind für Seastack Alle sind für Seastack Ah echt doch oder? Ja Ach das habe ich schon oder? Alter ich komme da gar nicht hoch Wie sieht das aus? Wie sieht Eselstritt aus? Als... Oh ne Waffe Wie so ne Waffe Achso ich habe 4 Perks deswegen Ja komm hoch Der Crawler kommt da nicht hoch Äh der stirbt doch aber jetzt du Idiot Hm Kommt da nur nicht hoch Komm Kiste gerne Warte ich mach nochmal kurz zu ich will wieder Eisen barrieren Ok ich hab wieder Eisen Ok ich hab wieder Eisen Hm 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 Oh yeah man 5-7 Ne doch Nimmst du? Oh Ja man aufhill Hä? Boah ich geb Punchen Warte kurz auf mich Komm Komm mit mir zu Oh Entschuldigung ich hab wieder Eisenteile Ah 5-7 Nicht nehmen oder? Doch Wieso? Ok Ich hab... Ich hab kein Eselstrick Oh Jetzt kommt eh Ah Oh Die ist eh... Ja klar nehm ich doch Da ist der Crawler guck So 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 Und sonst ist die denn gar nicht Schütter Achtung Nö 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 Alter, ich mach mal wieder was zu mit Eisenbahnen. Alter, bestimmt hab ich... Gibt's nicht an der Repair-Liste oder so? Nee, weil das sonst keiner macht. Sag mir, wenn Punch da ist. Ja, ist da. Ist grad hergefahren. Reicht's auch noch für mich? Ja, okay, renn schnell. Ich darf schon mal hoch. Ultra. Alter, der hat jetzt nur noch 15 Schuss. Ceramic Atomperfenade 400, Alter. Wo bist du denn? Hm, wo bist du? Hochgerannt. Wo rennt man denn hier hoch? Alter, scheiße, ich hab mich schon wieder verirrt. Oh, Ultra, zweimal Punchen. Ah, hier, stimmt. Alter. Alter. Schau mal, wie ich mir die nachlädt. Schau mal, wie ich mir die nachlädt. Was auf eine D. Ich hab jetzt die... Kapp 40. Ultra. Wo ist der andere Tipp? Gott. Alt, das ist voll geiler, wenn du zum Tisch drin stehst. Soll ich kommen? Oh, ist der dumm? Ohhhh Komm doch, Satz schreib du noch mal Oh, Alter, ich bin voll müde gerade Hier Meine Finger schlafen schon voll ein Es soll herkommen, dass wir machen Warte dringend, wow, was ist da mit dem Bauch drin? Ja, Alter, drück doch da, Alter, ist der zu dumm oder wie? Woher bekommt man so eine Navigate? Ich glaube, ich weiß, wo die liegt, aber... Ehrlich Wo? Ja, ich glaube, da beim Stück ich hinziehe, aber ich bin noch nicht Position Alter, der die Kap 40 hat Alter, die Ultra ist die Waffe Verdammt präzise 2 2 2 2 1 das Recht haben wir eine Klammer weiter der EGT Betrachtung als ich und Behaltser okay jetzt ist er in Kassel Position ja auch was für der Tieter alter die Probe München die Schüsse im Kopf das Stoßstorben Eintracht aber damit auch gelassen die kicke war und haben keine Chance gegen die 570 die zerstörten die Waffe Alter wo kamen da die ganzen her ach keine auch PD heißt gepunsched Warte. Relativistisches Prügel-Dienst. Letztes Mech. Keine Muni mehr. Ja, BD, die hat noch. Hat die verdient. Ich geh jetzt snipen, okay. Ich dreh mich grad. Ich geh jetzt snipen, wenn ich entschulde. Ich geh jetzt snipen, pass auf. Ich trau mich das jetzt. Ich auch.